Hey Leute, Necrocon hier mit einem kurzen Infovideo. Ich bin seit letzter Woche Freitag mehr oder weniger stark erkältet. Das Gröbste ist abgeflaut, das Fieber ist weg. Ich fühle mich mehr oder weniger wieder fit. Ich arbeite natürlich wieder ganz normal, aber meine Stimme ist noch ein bisschen belegt. Das heißt, Nino Kuni werde ich noch ein bisschen pausieren, bis meine Stimme wieder voll einsatzbereit ist. Vielleicht so nächste Woche oder so. Und die anderen beiden Projekte werde ich eben das Nötigste aufnehmen. Das heißt, wenn es da ein bisschen zu Verzögerungen kommt, tut mir leid, aber ich will eben warten, bis meine Stimme wieder voll einsatzbereit ist. Ich wünsche euch einen fantastischen Abend oder wann auch immer ihr das hört. Viel Spaß beim Schauen der Projekte. Bis dann.